Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den besten Alles-Schneider-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Alles-Schneider-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Berkel Redline 220-220V. Das Festhalten an dem Gegenstand begeistert ursprünglich durch sein herausragendes Design. Die Kombination aus stilvoller Eleganz mit einem Hauch-Vintage-Layout ist in jedem Küchenbereich ein echter Hingucker. Das Rotterdamer Unternehmen Berkel kann mehr als 100 Jahre Hintergrund-Revillieren und wird als Entwickler des allerersten handbetriebenen Slicers verschenken, Wurst und auch Fleisch berücksichtigt. Diese Maschine wurde 1890 von Metzgermeister Wilhelmus Adrianes van Berkel entwickelt, die Siprom patentieren ließ. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten und auch bald entstand ein Bedarf auf der ganzen Welt, der bis heute besteht. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Ritter Alles-Schneider Markant. Der Ritter Markant 01 ist der erste zusammenklappbare Lebensmittelschneider in unserem Vergleich. Versionen dieser Art sind besonders platzsparend und dadurch auch für kleinere Kochbereiche mit wenig Nutzfläche geeignet. Beim Zusammenklappen ist das Gadget einfach 10,5 cm breit und kann daher auch in kleinen Nischen oder Schränken platziert werden. Ein besonderes Attribut des Ritter Food Slicers ist das Design. Das ist minimal und einfach und basiert auf der sinnvollen Gestaltung der Bauhausinstitution der 20er Jahre. Im Gegensatz zu den bisher angebotenen Versionen ist dies aus pflegelechtem Kunststoff gefertigt und bringt einen Hauch von Vintage-Persönlichkeit in Ihren Küchenbereich. Auf Platz 3, haben wir die Graef C20 Ö Alles-Schneider. Derzeit würden wir Ihnen gerne einen Graef Lebensmittelschneider aus der zeitlosen Serie präsentieren, der nach Angaben des Herstellers seit Jahrzehnten erfolgreich angeboten wird. Der Graef C20 Ö Food Slicer begeistert nicht nur mit seinem trendigen Stil, sondern vor allem mit seiner Zuverlässigkeit. Wie alle Graef-Designs ist auch diese Lebensmittelschneider mit einem wartungsfreien und flüsterleisen Kondensatormotor ausgestattet. Das Besondere an diesem Motor ist, dass seine Kraft direkt auf das Zahnrad der Klinge übertragen wird, ohne das Sinn ist, was er kontinuierliche Geschwindigkeiten garantiert. Die Leistung des Elektromotors beträgt 170 Watt. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Ritter Alles-Schneider E16. Mit dem Ritter E16 Lebensmittelschneider können Sie alle Lebensmittel wie Brot, Käse, Wurst, Obst oder Gemüse in gerade Stücke schneiden. Sie können die reduzierende Dicke stufenlos etwa eine optimale Breite von 20 mm einstellen. Das Küchengerät wird von einem energiesparenden 65 Watt Ökomotor angetrieben, der nach Angaben des Herstellers 20% mehr sparsam, aber halb so effektiv als sein Vorgänger sein soll. Sie können zwischen zwei verschiedenen Betriebseinstellungen wählen, kurzlebig sowie konstant. Für den kurzen Betrieb von ein paar Bereichen oder vielleicht nur einem Bereich, richtete die Taste die Taste, um zwei einzustellen und halten Sie es dauerhaft. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Graef M20 Öl. Mit dem Graef M20 Öl Lebensmittelschneider möchten wir Ihnen eine Version der professionellen Linie für hohe Anforderungen vorstellen. Der integrierte 170 Watt Kondensator Elektromotor verschiebt das Edelstahlmesser nach Angaben des Herstellers außergewöhnlich geräuschlos und effizient. Mit dieser Version erhalten Sie eine vollgehärtete Flachklinge mit Hohlmalung sowie jede Art von Brot, Gemüse, Fleisch sowie Obst in kürzester Zeit auf die gewünschte Stückdicke reduzieren. Auch Papierscheibenschinken oder leckeres Carpaccio sollten mit dem Graef M20 Öl Food Slicer möglich sein. Die Schnittdichte liegt zwischen 0 und auch 22 Millimetern, die optimale Schnitthöhe liegt bei 142 Millimetern. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergesst es nicht.